auch Loster und ich flüchte hier ich bin gerettet Lothung ach ne Worte der Globus was machen wir da jetzt mit dem Spawner keine Ahnung ich war gerade ich fahre gerade los Prozent wo ist denn da der Spawn ich hab den gar nicht gesehen ja oben auf dem Ding ach so ich würde sagen dass wir einfach weg und einfach alles vergessen das nicht mehr die hier die Folge wird niemand abgeholt doch dafür dass ich gut auch gar nicht was trinken macht doch kannst auch hier was trinken so weit also hol was zu trinken aber nicht so jetzt da so irgendwie trinken um ich will die Daten vor Ort vor deinem Fenster nötig sind zu dreistellen über er hat er hat er wird er wird er wird öfter hier du brennst aber schön du bist aber heil gut ja was machen wir jetzt muss mir helfen ja ich muss hier irgendwie heile wieder hin zu den uns kommen schaffte nicht also es ist hier beendet und wenn wir nicht gestorben sind, dann chillen wir hier immer noch mit angst du hast doch einen Bogen, mach dir doch eben kalt, alter sterb grad ok, bye bro ich brauch Hilfe ja ich auch wie soll ich dir helfen, ich bin umzingelt von blazes, von zwei grünen Eib ja ich renn grad weg, ich bin schon so gut wie in Sicherheit ach so und du lässt mich hier alleine ja normal was dagegen was soll ich hier machen ja warte ich komm wieder ich muss ich muss hier kubbelst du komm ruf mich an ich brauch was zu ach ich hab auch ein Brot, ja man nein nein das reicht nicht was reicht nicht das Brot bitte na blaze konnten wir nicht treffen, weil die Wand zwischen ist, ne du Hurensohn ich wiege dich ach doch ich kann doch ich äh regeneriere trotzdem so jetzt komm her ja wer ich ja ja wie denn wo bist du denn na blaze ich brenn schon wieder ja hau rein ja 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 komm hoch ja jetzt komm hoch ich fahrt hier hin ok ey da hinten ist noch ein blaze vorne ja ist mir egal ich geh treppe hoch und komm treppe hoch ja ne weißt du runter womit warte denn du sollst die Brücke entlang geh man wo denn dann hin da wo du lang gegangen bist die Brücke entlang das für Brücke geh ok ich roche hinter dir hier hallo komm also warum komm sag mir nie wieder besuchen blaze vorne nie wieder ey lass mal blaze spiel du spielst 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 um er wieder aufgaben macht man als dabei du was teuer er war wer hat er wird drei e játter immer fällt es macht was hier hier hallo schweine bärmann aber ja mein team wie das scheiße ist so kann man nicht aber besser als kalt wer wo bist du denn jetzt ja einfach geradeaus weitergegangen was wir geradeaus weiter lassen bekommen du passt wirklich nicht auf ich sag hier lang und du bleibst einfach stehen jetzt komm her andere seite wurde nur wieder aber wieder aber ich habe alle hier meine frisse hallo wie geht dir scheiße und ihr es gibt ein brot bevor wir wir müssten ich habe schon wieder verloren einfach weitergehen da beim schweinemann da schweinemann muss ich will weißt du bleibst da an der ecke stehen weil du irgendwas in youtube oder so gucken muss bei beiden darren brechen darf und das ist unwichtig mein Gott das würde ihm nicht gefallen wegen des last place ist er unwichtig und danach auch noch mehr um das ist der zog der zitiere stunden tschüss ich werde euch nicht vermissen schweinemänner und place ich werde euch nicht ich werde euch nicht warum macht auch so scheiß steigern jetzt muss hier auch jetzt brenn ich wieder du bist so toll Alter Pisa und darum naja naja So, Höllenküste, Blaze, Rot, yeah, Soul Sand, yeah, Kürbis, yeah, I'm on some Freezer, welcome, real world, welcome, real world, and mug mug cream, kommt ein. Hier ist die Höllenküste, tu mal deine ganzen Hüllen Sachen da rein. Ah, geordnet. Ab jetzt ordnen wir mal, du kannst nicht mal rein. Junge, ab jetzt ordnen wir. Ordnen, kennst du, du wieder rein, das ist für Tank, man. Jetzt ordne doch auch. Ja, ich wollte doch gerade ordnen, ich wollte erstmal rein tun, Alter. Ja, 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 ja. Das kommt da nicht rein. Goldner, natürlich. Goldner gibt es auch einen Drop von dem Blade. Gold. 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 Guck hier oben, Goldner Rüstung Gold. Nein, es geht normal. Voll du wirst du Glas in die Erzkiste rein, wo so gold und so drin. mann wie möglich aber die rüstung aber bei den coolen kämpfen behalten mit der klinik da ist ein netherrack oder was kann er so weg oder hiese netherworld woanders gescheit hast du noch sachen von der sache weil du sollst mal die ganzen büchern und so ihn hat stütged largo sein arbeit hier kommt Osman Üsch pushukair resentment die 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 Bücher die davon und dieчноpanne sachen drin zu in der st trotzdem nicht an 8.5 reichwert das ist meine so lauten und freundlich Prozent ich weiß man merke man sollte immer ansteckt gehört oder Kabelstock in der normalen Welt dabei haben was man im Grunde gefällt ja so wie ich das war so etwas ist musste die Reizien ohne Witz ja ja ich muss noch nicht gewöhnt doch hast du wo es meine Haare der Haken Hakenkreuz Jupp ja das meine ich A A Lästie-Aistie-Viersich-Geschmack schmeckt gut ja nur weiter zu empfehlen ich gehe jetzt angeln keine Lust mehr Tschüss Tschüss ich hab tschüss zu den Fischen gedacht ich angeln hätte ich geh angeln Tschüss ich geh angeln kein Bock mehr angeln ist so langweilig oh ich hab Fisch ah wie cool angeln ist so langweilig ach ich hab noch ein Wisch geil angeln ist so langweilig ach angeln ist so langweilig ups ich mach grad was aner Farms auch langweilig ausgewachsen wo ist gewachsen langweilig ausgewachsen langweilig oh gewachsen langweilig wo gewachsen wo gewachsen auf der Pause nein so muss nicht gut weg ja ich mach weiter so so ok bis zum nächsten Mal Tschüss